Wie solid ist sein Graspen auf die Realität? Es gibt noch viel mehr Dungeons hier nach, also drei glaube ich, also... Das wird nicht der echte Mörder sein. Und auch so könnte ich das einfach nicht glauben. Er wirkt einfach zu offensichtlich, so... Ah, ich bin der Böse. Ich rette Leute. Wenn vielleicht... Ich bin der Böse. Ja, ich bin der Böse. Mein Eis. Kein Effekt. Throw down! Hursona! It's over! Ey, Leute! Toff. Hursona! Hursona! Hursona hatte halt das mit dem Angriff, ne? Für drei Runden. Komm bitte Angriff! Ja, passt, okay. Das ist auch gut. Aber Angriff wäre jetzt dann noch die Böse gewesen. Halt mich im Runde ja auch ständig. Ey, komm! Ich werde sie schützen. Ich werde sie schützen. Ich werde sie schützen. Ich werde sie schützen. Was heißt das? Hör... Hör... Ach so, kein Wind mehr oder kein Wind mehr, oder? Oh, man, Feuer ist gut, Feuer ist gut. Feuer ist verdammt gut. Ja, das habe ich auch schon mal ausgefunden. Bisschen bringt auch was, aber Blitz, äh, Wind bringt es gar nicht mehr. Deswegen, wenn wir hier einfach ein Kraftblit machen. Ja, die Yukiko sind immer gerade sehr wichtig. Sie darf ihren Angriff nicht verfehlen und sie ihren Angriff verfehlt sind ja. Sie machen verdammt die Schaden. Hey, nur... Yukiko? Äh, Juste, Yukiko, nicht verfehlen. Danke. Ja, so richtig. Oh Gott, was heißt das jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier heißt. Vielen Dank. Ja, toll, jetzt weiß ich es nicht. Lame. Verdammt noch mal Lame. Das ist ja wohl wahr, man. Die Manaka-Vangriffe sind gut. Was? Oh, ich kann sie nicht mal angreifen. Ja, ich weiß nicht, was ich wollte, aber sie greift jetzt um dran. Warum soll ich sie heilen? Sie bringen uns gerade um. Ich bin auf dich. Ich bin auf dich. Persona! Ja! 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 Yukiko-Senpai, nein! Ja! Ja, jemanden! Ja! 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 Hier geht's, Kanzeon! Warte, Leute, ihr seid echt low on health. Soda! Senpai, bist du okay? Senpai, snap out of it! You're not out yet, Senpai. Get out! Soda! Um, Yosuke-senpai, your health is really low. Throw down! Senpai, Naoto collapsed! This isn't good! You have to be safe now, right? You ass! Oh, my God. So a sucky face. You'll get everything back again. No. Define time 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 Komm mit der Angriff, Angriff, Angriff. Wir brauchen Angriff. Wir brauchen Angriff, 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 Angriff. Angriff, 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 Angriff. Angriff, 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 Angriff. Angriff, 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 Angriff. I leveled up! My level has risen! It's level up time! Damn it! Why? Nanako-chan! She looks like she's in pain, but she doesn't seem to be injured anywhere. This place must not be good for her! We need to carry her out quick! We should take him with us as well. Yeah, we can't just leave him here, I guess. Nanako-chan, hang in there! What are we gonna do? She's so small, and she was stuck in there for so long, and then there was that weird fog... Damn it! The police and paramedics will be here shortly. Nanako-chan's still small, so her other self didn't appear like everyone else, and she got caught in all that craziness. I hope she'll be okay. I mean, are the doctors going to be able to help her? I'm worried about Nanako-chan! But there's nothing more we can do for her. A delivery man named Namatame. The possibility of Nanako-chan being targeted. If only I'd been more thorough in putting the facts together, then Nanako-chan wouldn't have had to go through this. That goes for me, too. If I hadn't stood there like a lump in front of that bastard, Nanako-chan might have been okay. I hate myself. Why do I always panic when it matters most? I couldn't do anything either. I should have noticed sooner that something was wrong with that guy. Why did I waste time listening to what Namatame had to say? If I hadn't tried to engage him in conversation, and we'd rescued Nanako-chan immediately, this wouldn't have happened. But I still... All right. Enough of this pity party. Is standing around and whining really what we ought to be doing now? Feeling pathetic, consoling each other? Is that going to solve anything? We've got to believe in her. So stop rehashing what's already done. Get it together, Naoto! Sorry. You're absolutely right. This is all that bastard Namatame's fault. And he's behind bars now, right? And it ain't like we were too late for Nanako-chan. Yeah, that's true. I'll come see Nanakchan every day so she'll get better faster! That's all we can do right now. Gee, Kanji. You sounded cool for a second there. Huh? You guys still here? Adachi-san... Um... Did they find out anything? Dojima-san's speaking with the doctor now, but they can't say anything definite until they run some tests on her. Not just Nanako-chan, but the perp too. Who knows when we'll be able to hear his story. Well, it's getting late, so hurry home. The last thing we need is for you guys to collapse too. He's right. We should call it a night. Nanako-chan's gonna be fine. Acting all gloomy won't help anything. When Nanako-chan's out of the hospital, what should we do to celebrate? Dude, isn't it a little early for that? Why don't we reserve Jun-S and have a party there? A party at Jun-S? Uh... That makes no sense. Nanako-chan... She'll get better, right? Yeah, I think so too. Let's all have fun with Nanako-chan when she comes back. Thanks. I almost forgot how to keep a happy face. But with that out of the way, I'm feeling all hungry. Hey! Where did everyone go? Don't leave without me! Huh? You didn't go home yet? I heard. Thanks. Nanako... Nanako... I'm so relieved. Dojima-san? You awake? I guess it's no surprise. He was so stressed out over Nanako-chan. I'll stay with him tonight. You can go home and rest, even if it's just for a little while. Oh, please, you look terrible. Nanako-chan's safe, so relax. I think you should get some rest. Thank you! Hurry and go! Your friends are waiting, aren't they? Du hast alles getan, was du konntest. Jetzt kannst du nur warten, bis ein anderer Kurs sich erholt. Du solltest dich schnell auf den Weg zur Schule machen. Monaco ist wohl gerettet und der Typ, der Täter ist hinter Gittern und deshalb ist der Südpol kälter als der Nordpol. Übrigens, dieses Jahr ist es schnell kalt geworden. Vergisst nicht, euch warm anzuziehen, damit ihr nicht krank werdet. Die Damen, Leckwärme unter euren Röcken bringen nichts. Warum? Weil niemand eure Beine sehen kann. Das war ein Witz. Ich wollte euch nur alle daran erinnern, eure Schulluniform zu tragen. Kapiert? Also gut, zurück zum Thema. Ich werde eine Frage über den Südpol stellen. Ich nehme dich dran, Jokun, weil du trotz der Kälte deiner Uniform nicht zukommst. Welchem Land gehört das Südpol? Soweit ich la... Keinem? Keinem, oder? Du meinst, die richtige Antwort gegeben zu haben. Oder weißt du das? Beeindruckend, du hast recht. Das Südpol gehört niemandem. Der Antarktis-Vertrag von 1961 legt fest, dass sämtliches Land unter dem 60 Grad südlicher Breite keiner Nation gehört. Entsprechend gehört auch der Nordpol keinem Land. Der Nordpol liegt auch nicht auf Festland, sondern auf einer schwimmenden Eisdecke im Ozean. Holt jetzt wieder eure Bücher aus. Sehen wir uns, wenn es richtig antwortet ist. Übrigens, gibt es auch viele Bad Endings in dem Spiel, die versuche ich natürlich zu erweiden. Also zu vermeiden. Ich werde wohl kein Englisch können. Ja, weil es gibt glaube ich ganze vier Bad Endings. Aber ich weiß zum Glück, wie man diesen ausweicht. Glaub ich. Oh, Yukon. Es ist schön, einfach wieder ganz normal zu plaudern. Geh jetzt bis zum Frühling jeden Tag. Danke, Yukon. Du spürst die Jacket in den Augen. Wie? Oh, okay. Können wir wieder auf dein Zimmer gehen? Ähm, hier mit dir allein sein. Dein Zimmer. Was wollen wir machen? Du guckst mich schon wieder so lange an. Es ist immer so komisch, mit dir allein zu sein, aber Yukon trotzdem. Du spürst eine schöne Stunde mit Yukiko. Du spürst die Engel wieder zwischen dem Yukiko. Als es dunkel wird, bringst du Yukiko nach Hause. Das ist schon eine ewige Dreiecksbeziehung, ne? Boah, wie einsam das ist hier ohne Nanako. Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, dass die jeden Tag da zu Hause hockt und mich immer begrüßt. Und jetzt ist das einfach nicht mehr so. Das ist... Das ist schon verdammt krass. Apropos Dreiecksbeziehung, ne? Hey, Senpai. Oh, was für ein Glücksfall, dass ich dir um diese Zeit hier begegne. Ich habe im Land geholfen und bin gerade fertig geworden. Riese langweilt sich. Vielleicht freut es sich, wenn du mit dir redest. Du spürst, dass du Riese nicht noch näher kommen kannst. Aber es wäre sich ein schöner Abend mit dir zu verbringen. Wirklich super. Und dann nehmen wir was zusammen. Riese freut sich. Wusstest du, dass unsere Vorstellung bei Tuners im Internet ein Riesenerfolg ist? Die Leute schreiben in den Kommentaren, wie welche Band ist das? Oder wann treten die in das nächste Mal auf? Vielleicht hätten wir das länger, als nur einen Tag lang machen sollen. Hey, Senpai. Warum geben wir nächstes Mal nicht ein Geheimkonzert? Was ist das denn? Stage Diving? Oh, du glaubst also du kannst singen? Dann singen wir doch ein Duett. Ich sehe jetzt schon die Blocks. Wer ist der Typ? Und wie nahe stehen er und resett sich? Riese lacht neckend. In nächster Zeit gebe ich erstmal keine weiteren Konzerte. Noch bin ich nicht zurück im Showbusiness. Aber, hm, wenn ich Teddys Kostüm trage, wissen die Leute nicht, dass ich Riese bin. True, ja. Du hast nicht mit Riese geplaudert. Du bist aus einer Beziehung zu wenigstens stärker geworden. Es ist schon zu spät, aber ich will nicht, dass du schon gehst. Ich sollte nicht so klammern, wer weiß. Ich weiß, aber hey, Senpai, das ist für dich. Auch eine Liebesmarschung. Das ist was Besonderes, nur für dich. Sag keinem was davon, ja? Dann eine gute Nacht, Senpai. Du verabschiedest dich von Resale und gehst nach Hause. Ich muss dich besuchen, muss warten, bis es dir besser geht. Gut Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal weiter bei Persona 4. Und ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017